Hallihallo Leute, immer noch auf demselben Server. Ich werde gerade angeschrieben. So, ich erwarte. Oh, double scale! So, und ich werde jetzt etwas tun, was ich niemals tue, aber ich möchte das einfach mal zeigen. Premium! Ja! I can't activate it for 15 minutes. Wow, ich mach mal kurz Teamwechsel. Ich dachte, das bringt nur, darf man Teamwechseln. Na, nee, anscheinend nicht. Well, this is a problem. So, wir haben eine Menge Vorteile. Wir haben zum Beispiel unendlich Munition. Wie man sieht. Ich weiß nicht, oder? Das ist auch über... Drei, zwei, eins... Nee, wir müssen nachladen. Das haben sie also ein bisschen abgeschwächt, möchte ich sagen. Auf jeden Fall... Boah, nö, 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 nö. So, auf jeden Fall. Wir haben halt unglaublich viel Vorteile als so ein Spieler, die ich gerade nicht zeigen kann, weil ich dominiert werde von dem Mr. Sentry-Tön. Dude, what the fuck is wrong? Okay, Sentry haben wir ausgeschaltet. So, hier kämpfen gerade Premium gegen Premium gegeneinander. Es wird interessant, aber ich werde hier nicht durchkommen, weil ich hier so werde ich Sentry stellen. Ja! No chance. Ich brauche Crit. Nee, das läuft irgendwie gerade nicht so, wie ich möchte. So, ich nehme mal Edi mit einem anderen Waffen-Set ab, natürlich. Granatenwerfer... Ähm... Haftbombenwerfer... Das behalte ich. So. It's top of shooting! Fünf, sechs. So, da geht es nämlich jetzt rund. Man sieht schon, wir schießen so schnell. Und das ist nämlich der harte, übelste Vorteil am Premium. Außerdem bekommen wir für eine gewisse Anzahl an Kills immer wieder so ein kleines 50-AP-Upgrade. Und da ich jetzt gerade erstmal die Mitte freigeräumt habe, heißt das jetzt, wir können wieder rausgehen. Das heißt, du kannst Premium hier eigentlich nur mit Prämium bekämpfen. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Vier. Auch haben wir übrigens sechs Schuss als der Moment. Normalerweise haben wir nur vier oder doch sechs. Nee. Haben wir vier oder sechs Schuss als der Moment? Will ich mich da gerade irgendwie nicht festlegen? Ah, no. Nö, 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 nö. Oh, das war Michi. Ha, 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 ha. Oh Gott. Mmh, Svortengil! Ich mach dich kaputt! Schade. Kiki Pyro ist das ein bisschen blöd gewesen, die Idee. So, aber die wohl, ich persönlich finde, die stärkste Waffe im Spiel als Premium ist der Scout. Ihr seht, ich kann unendlich viel schießen. Ich kann einfach gedrückt halten hier. Ich kann einfach so ein bisschen durchwaschen. So blä, 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 blä. Töte einfach alles, was mir in den Weg kommt. Es ist unglaublich effektiv. Außerdem haben wir fünf Sprünge. Oder sechs in meinem Fall. Also ich werde das mal ein bisschen weiter durchrushen. Äh, ich würde einfach sagen, nö, du kriegst mich hier nicht runter, nein. So einfach ist das. Mit dem Atomisierer habe ich übrigens sogar sechs Sprünge, wie man jetzt auch gerade sieht. Ach ja, ich habe auch ein endlich Glaskugel. Es ist Zeit für mich! Friss mal eine Milch! Milch! Aber was war Michi? Tut mir leid, Michi. Aber Milch! Nein! Da bin ich gerade sechsmal gesprungen. Und? Ach ja, ich kann nicht sterben hier unten, ne? Okay, I'm suicide. Badababadam. Also man sieht, es ist einfach unglaublich. Was für ein riesen Vorteil, Mann. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Nö, okay. Da statt die Sentry Und ich merke, ich hab meinen Timer nicht am Laufen Ich vermute, ich hab jetzt gerade schon so 5 Minuten Muss ich jetzt mal schätzen Ohne Timer bin ich immer so ein Stück weit aufgeschmissen Oh Gott, Kitz-Heavy Stop, Kitz-Heavy You're a bad, bad person Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich werde mal Pyro nehmen Als Pyro haben wir den netten lustigen Vorteil Und endlich Munition Egal was man tut, egal was man tut Die Munition ist immer genug Oh, no, 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 no No, 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 no No, bad, bad spy Ich kann nicht hören, ich will dich töten Oh, ich dominiere mich, oh, mich ist Spy, lol So, den Schnelldreh-Trick Das ist hier nicht kaputt bekommen Aber ich kann Ja Ultra-Fast-Respawn Oh, no, 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 no I don't care I don't care Oh, bist du tot? Nein, bist du tot? Nein, oh nein, oh nein Oh, ich bin wieder tot Oh, egal Oh, das ist Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich die Situation jetzt gerade beschreiben soll Sie ist Ja, ich glaube chaotisch, es passt, glaube ich, ganz gut Nix mehr Nö, 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 nö Ja, ich hab dich erwähnt, mein Freund You don't have to worry to me Nein, Scout, böser Scout Ich sagte, böse Oh Tut mir leid, musste sein Oh, cool, ich hab grad einen Jump Boost bekommen Oh, schon wieder Jump Boost, habt ihr das gesehen? Bam Nö Ich würde dich töten Bro Ah, ha, 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 ha Die Tür Mann, hm Ja, ich hab mich gerecht, ich hab eine Wiese, Bro Gau Nö Nö Du, 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 du Wieso renne ich nicht zurück? Ich hab doch unendliche Leben Äh, ich meine, unendliche Munition Ich denke, du kannst es töten Nein, ich auch, nein Ich lösche dich mal, Junge Nein, jetzt wurde ich töten Für die Mühe Für die Mühe Für die Mühe Für die Mühe Ah Nein Kill Selbstmode Aktiviert Selbstmode Aktiviert Aktiviert Was haben wir noch für Vorteile? Als Sniper hab ich immer gerne hier gespielt Haben wir eigentlich immer Flaming Arrows? Oh, ich dachte grad, das wär echt lustig gewesen Ich glaub auch ein bisschen ob Irgendwo Oh doch, wir haben immer Flaming Arrows anscheinend Flaming Arrows Na 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 Kackloob Wir haben auch andere Vorteile Wir verlieren zum Beispiel niemals unsere Schusskraft Aus dem schießen wir immer unheimlich gerade Mann Ich hab dich getroffen, Junge Ich hab dich auch getroffen, Junge Ich mach dich kaputt Ich mach dich kaputt Oh nein Das war Das war blöd Ich wollte dich löschen, Junge Nein, 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 nein Nein Jetzt, jetzt Ich möchte mal was versuchen Ich hab da so einen Plan Oh! Nee, nicht den Plan Den hatte ich jetzt nicht unbedingt Eins Hattet ihr die Reaktion gesehen Fast Like a Blitz Aber irgendwie hab ich Probleme zu treffen Nee, hab ich doch nicht Mal einen Headshot wegholen Bam! Kein Headshot aber I don't care I don't care Medic brennt Brennt nicht Headshot Nein! Ich wurde gebuckstabt Someone does not simply brennt Backstabbing me Nein, nein, ich werde irgendwo festgehalten Really annoying Really annoying Fresst meine Presst meine Urin Urin, Urin ist toll Urin herum mit werfen Da la 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 Mit Urin werfen ist scheiße Okay, ihr merkt schon Ich labere gerade Schon wieder irgendwelchen Random Shit Shit Wuh! Ups This was not planned So werde ich sterben, wenn ich hier la- Love Yeah Hm Als Medic hat man schon von Anfang an Überladung, meine ich Genau Man hat 15 Mal startet mit 50% Unglaublich heftig Als Heavy hat man unendlich Schuss Hm, das Hör auf zu schießen, danke This should be interesting Ja Harte bitte Heunka 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 Nur ist auf der extremen Laufspeed vom Heavy ist hier aus Nein, Machine No Bad Machine Bad Haha Oh mein Gott, ich bin nicht drinnen Noo Noo Hier ist tot Gut Nein Warum Why is so mean to me Bro Why are you hitting me, Bro Und man kann ja langlaufen, oh mein Gott Sie ist kaputt Da ist Michi Michi Böses Michi Ich weiß, dass du's bist Ich hab das so im Urin Ja, ich hab's doch geahnt Ja, ich hab nur gesagt Michi Ich hab's doch geahnt Wohhh, wohhhhhh wow, das war muhaha alter, Rocket Johnson mit Premium extrem nooo it's time to die wow ultra-mega-luck-shot ok, das waren 4, ich hab 6 Schuss komm, lass schneller nach, mein Freund uuuuh oh nein verdammt ich wurde getötet, mal wieder oh nein, Leute hab mich lieb bitte schenkt mir ein Lächeln ich sagte, schenkt mir ein Lächeln nein, du bist tot ich hab ihn noch bekommen die Sentry an der Sargent ok, das ist ultra-hammer nein, nein du Arsch noch lol oh, das war michi, heil michi das war 15 Minuten sind vorbei ah, guter timer also, komm, ich hab so eben 15 Minuten gespielt so kann man das auch werden und ich hab einfach mal die Kids für die Gebäude eingeheimst so komm schon Sniper irgendwo musst du doch sein oh man, wir wollen was testen was ausprobieren was Explosives ausprobieren komm schon so, damit verabschiede ich mich auch von dieser awesome Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal aber dann ohne Premium bis dann bis dann